Von der Asset Cloud habe ich sogar hier eine Postkarte. Da hatten sie uns fotografiert und daraus eine Postkarte gemacht. Fand ich auch interessant. NTV, NTV, NTV. Du wirst... Du wirst davon nichts finden. Ich will das jetzt auch finden. Weil das war ja auf der... Das lief ja auf der Webseite mehr oder weniger. Hey, jetzt können... Komm, ich bin jetzt gerade... Ja gut, ist kein Problem. Ich bin jetzt hier gerade nur ein bisschen... Zu scheiße, den zu treffen, irgendwie. Zu fail, zu schlecht. Ähm, will ich den da jetzt da oben treffen oder was? Ja gut, den habe ich jetzt endlich getroffen. Jetzt will ich eigentlich weiter runter wieder, um den anderen und das zu treffen. Wenn ich mal immer treffen würde... Ja gut, jetzt habe ich gewissermaßen getroffen. Lass mich gucken, ob ich irgendwo anders noch einer ist. Ich habe meine Ivory. Du 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 du. Na gut, ich glaube mal langsam doch nicht mehr, dass hier was ist. Tut mir leid, dass ich... Ich habe eigentlich allen gesagt, dass sie mich in den nächsten paar Stunden nicht anrufen sollen. Aber ich kann es halt meine Oma nicht sagen. Und meine Oma ist nirgendwo. Ja. Ja, ist kein Problem. Kein Problem, Junge. Ähm. Wo wollte ich denn Schingelbeam? Ich war jetzt ein bisschen konzentriert. Aber guck mal, wer hier schläft. Sitz, 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 sitz. keine Ahnung ich war auf jeden Fall bei der Reportage mit dabei mit dem mit den Sportdingern wo bist du du kannst mich lange suchen länger zumindest gibts auch, gibts auch, gibts auch, gibts auch solltest du aber nein, werd ich nicht doch solltest du nein, werd ich aber nicht Och, Junge, ja, rutsch noch, nee, werd leck mich doch so, jetzt muss ich dich bestimmt irgendwo finden ich weiß noch, halbwegs, wie du es es war so schwer, Facebook zu eröffnen Ach, stimmt, ja! Danke, Facebook. Aber findest du kein vergleichbares Bild. Gibst gleich auf. Oder auch nicht. Ich meine, gut, wenn du dir deinen absuchen würdest. Ähm... Hab ich's überhaupt? Ja, wir sind befreundet. Ah, da, Markus! Bitte? Du hast den Namen nicht gesagt. Ich hab den Namen nicht gesagt. Äh... Daumen hoch Steve? Ja, das ist Steve heute in Berlin gewesen. Steve war in der Mütze? Jep! Okay, bist du der rechte oder der? Nein, ich war gar keinen von den beiden. Oh. Weil ich wollte nicht den Typen, der uns dazu angezettet hatte und so, wollte ich nicht alleine mein Handy in die Hand drücken. Ich hab mir gedacht, nee... Ups. Neulich in der Waschanlage. Ja, das ist von... ähm... Kotzschutzbauern, das ist ein Kumpel von mir. Der hatte... ... ein Video gemacht. Ist eigentlich auch ganz gut geworden. Okay. Oder beziehungsweise sehr humorvoll. Okay. Ich find aber kein Bild von dir. Ja. Ja, weißt du wie lange... Sir, hast du dich ein Bild veröffentlicht, aber? Äh... Das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Ne. Ich hab dich gefunden. Ja, freu den Käse. Junge. Äh, okay. Mal schauen. Mal ehrlich, hab ich noch von der... im Publikum gesehen. Warte, wo... wo ist es? Du? Ich... Ich war's nicht den ganzen Tag da. War das am 2.9? Hab ich ne Ahnung. Jetzt, Kameramann, geh wie ein zum Publikum. Film nicht die blöde Frau dabei in TV. Interessiert niemanden. Ne, ne Frau war doch nicht bei uns da. Ne Frau war nicht dabei? Nein. Nein. Sicher? Alter, ich schick dir einfach nachher den Link, bevor du jetzt suchst. Gib dir einfach in den Sack. Komm schon, schick ihn... Naja, jetzt kannst du nicht schicken. Ja, deswegen sollst du hier warten. Du Held. Ich will aber nicht warten. Du weißt ganz genau, dass ich nicht warten kann. Natürlich kannst du warten. Alter, es ist schwer, wenn es wieder leckt. Moment. Das habe ich schon mal kaputt. Das ist schon mal viel wert. Ist wirklich viel wert. Lache nicht drüber. Hahahaha. 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 Alter, da klitsch ich durch den scheiß Boden durch. Das geht doch gar nicht. Jungs und Mädels. Das ist von 2011. Das will ich nicht wissen. Wie gesagt, ich schick dir einfach deinen Link, bevor du mir noch auf den Sack gehst. Ne, ich... Mann, ich will... Boah! Ich will... Boah! Kannst du nicht jetzt schon? Nein, ich bin in der Aufnahme-Duo, Horst. Und ich werde sie jetzt nicht extra wieder pausieren. Ach, nur ganz kurz. Nein! Ach, komm schon. Weißt du, was für eine Scheiß-Schneiderei wieder für mich ist? Ne, danke. Pfff. Ich zutschleide und ich übernehme. Pfff. Wie soll denn das nachher aussehen? Was soll das nachher aussehen? Du wirst ja alles nur zusammen- zusammenwürfen, egal ob es passt oder nicht. Äh, nein. Ich mach meinen Job richtig. So, jetzt hab ich mir jetzt noch einen Dingspunkt über mehr. Ein Leben. Oh. Tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Thank you very much. So. Na, lecker. Äh, ich hab heute mo- äh, heute morgen sehr schön. Heute Mittag im Zug auch noch schön gereiert. Also heute Abend, wo wir abgefahren sind. Warum? Hatte mir nen Burger geholt gehabt. Okay. Und... Sag mir nicht, äh, der, der Laden, der in der Nähe vom Bahnhof war. Was ist mein Laden? Da ist ein Burger-Laden, wo er sagt McDonalds, äh, Burger King. Warum? Hast du den genommen, der in der Nähe vom Bahnhof ist? Warum? Äh, der ist richtig scheiße. Warum? Der ist so richtig scheiße. Warum denn? Weil der scheiße schmeckt. Wo schmeckt der scheiße? Ne egal. Ja, okay, lassen wir das. Ja, okay, lassen wir das. Ich muss jetzt erstmal wieder raus. Wo war ich denn der Eingang? Ach, da. Ja, ähm... Hast du heute eigentlich noch was vor, oder? Also... Sorry, Leute, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Ich weiß auch grad, wo auch nicht im Moment, wo es abgeschmiert ist. Ich weiß auch nicht, wo ich stehen geblieben war, wobei ich gesagt habe. Ähm, falls ihr das nicht gesehen habt, ich war jetzt in dem Raum drinnen. Weiß ich, ich hab jetzt grad nicht nachgeschaut. Und da drinnen war eine Honigwabe in der Lärme. Und im Sinne nur ein paar kleine zwei Rattengegner. Und hier ist unser Ari. Schau mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler. Ja, meine Kleine. Es ist so traurig, wenn sie groß werden, oder? Ich habe eine Belohnung. Er hat mir einen Posital ausgeschissen. Für dich, mein Freund. Hier ist sie. Oh, es ist noch warm und es klebt. Aus dem ganzen Raupen, die er gefressen hat, hat er dir einen scheiß Posital hingeschissen. Ja. Das ist doch logisch, oder? Du hast mir den Link nicht geschenkt. Ich hasse dich. Ja, sorry, aber... Hallo? Wenn schon abgekackt, dann kannst du mir ja schnell den Link geben. Ich hab's ja nicht beabsichtigt... ...gemacht. Okay, das hat jetzt rumgebackt. Aber sowas von. Ja. Ähm, das, 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 das... Du hast mir nur zugestimmt und so damit du den Link... ...in Hoffnung, dass du den Link kriegst, oder? Äh... Nein. Äh... Schlecht lügen konntest du schon mal. Ne, ich kann eigentlich ziemlich gut lügen. Das ist echt... Eigentlich nicht. Du hast mich noch nie lügen sehen. Ne, aber gehört. Und es ist ja schon... Noch nie lügen gehört. So richtig lügen. So professionell lügen. Du kannst es gar nicht. Du weißt gar nicht, wie Lügen geschrieben wird. Ne, willst du mich voll lügen, oder was? Lügen... ...wirds... Äh, was? Lass mich kurz in Google... Lass mich kurz Google benutzen. Und was hast du von Google? Echt? Also Google sagt L-U-E-G-N. Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Mumbo ist nicht da. Hier ist auch nichts besonderes. Da sind noch ein paar Puzzleteile. Äh, Monotenteile. Die habe ich auch fast alle vollständig. Jetzt fehlt mir eigentlich dann theoretisch nur noch so ein... So ein Ginger. Und da habe ich die Welt eigentlich auch komplett. Ne, warte mal. Wer fehlt... Ne, wir fehlen ja irgendwie noch... Moment. Statistik. Ähm... Irgendwo fehlt mir noch ein Puzzleteil. Eins bekomme ich ja durch zwei... Äh... Durch, durch den Ginger. Ups. Jetzt bin ich runtergefallen. Wollte ich nicht. Eins bekomme ich durch den Ginger. Und... Eins bekomme ich ja dann, wenn ich... Äh, wenn ich denn was... Knaut, die habe ich schon abgehakt. Ich glaube, der will so schnell nicht nochmal... Besuch haben von mir. Lache nicht. Es ist gar nicht mal so schlecht gewesen, wenn ich hier runtergefallen bin. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Um... Kannst du ja mal mit überlegen, wo jetzt bitte schön... Ja. Wie überlegen. Ich drücke... Google. So drückt? Achso. Puzzleteile in... Puzzle... Teile... In... Aber nicht in Dings eingeben. Ich wollte eigentlich gerade Dings eingeben, aber... Ja, wenn du es sagst. Ja, in welcher Welt sind wir? Klick, Klock, Schmutz. Das habe ich ja letztes gesucht. Jep. Also... Von Drkoll und Teile... Die Zubers. Die Zubers. Wie sind die Zubers? Äh, im Sommer besiegen. Wie sind die Zubers? Die Zubers. Ähm, warte... Die Zubers. Hä, die Zubers. los ja da für mehr Geld mehr nur eine Prozent der Gelsen der die Erste eine Reihe hast du und am Not hast du Blume zum wachsen bringen im Frühlicht mit Eiern auf Nürn lassen ja habe ich ja auch die sich schon bei der Sommer schwer oder herbst leicht ganz oben im Baumhaus das hast du schon ganz oben das hast du uns auch noch was wir haben das baum ist so hoch oben liegt auch ein kurze Teil Baumhaus Dormi sagt mir das jetzt gerade nicht ein Baumhaus hast du schon da wurden Prozent einfach so im Raum oben lag ach so das war das Baumhaus das war ein Baumhaus als Bienenband Benju ganz hoch fliegen Puzzleteil ist auf einer Venus Fliegenfalle im Frühling hast du schon? ich glaube ja im Sommer auf ein Ast erwartet ein Klacker um besiegt zu werden man kann ihn vom Unfall enttelten auch aussehen das habe ich glaube ich gar nicht und der gelbe Ginger warte und du sagst es ja im Sommer oder Frühling im Sommer Klacker besiegen und das ist ja im Sommer ja gut warte Ginger ja Ginger wartet der Lüfte nicht weg denk ich mal hoff ich mal weißt du wo der ist? wie siehst du genau das danach suche ich gerade Sommer beim Eingang nach links bis zur Ecke gehen da soll der gelbe liegen na gut dann gehe ich erstmal kurz nochmal in die Sommerabteilung